Nein, das Geräusch macht mich ganz nervös. Böde! Königinensicht! Wir gehen zum Angriff über! Mayday! Die Flugabwehr setzt uns ganz schön zu! Komm nicht an die Königin ran! Kommen nicht an die Königin ran! Wir brauchen Bodenunterstützung! Jetzt! Erhöhte Xenoaktivitäten in der Einrichtung! Wir kommen bis wann es geht! Winter over! Achso, hier ist zwar kein Audiolog. Ich habe einen Flammwerfer hier wieder. Wo? Liegt aber die auch hier vorne? Neben dem Audiolog? Nee. Gut, dann habe ich den jetzt eingesammelt. Ich will nicht gegen Königin kämpfen. Mal ganz ehrlich. Nein! Nein! Was ist das? Hier ist ein Head Scrap! Hier ist ein Head Scrap! Hier ist ein Head Scrap! Komm es raus! Oh, der war! Abweich! Wow! Hier ist ein Head Scrap! Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Bleiben wir einfach dran! Alter! Was? Brenneinheit erreicht? Was? Ich habe Brenneinheit erhalten. Achso. Liebe Freunde, Nervenkitzel pur ist eigentlich bloß. Okay, ja, ne? Irgendwie schon, ja. Nein! Alter, jetzt greift mich so ein Vieh an! Ich habe ein Vieh auf den Kopf! Hilf mir! Ah, ich bin tot! Scheiße! Wirklich? Ja! Du bist auf dich allein gestellt. Konntest du nicht, äh... Ich habe gedrückt! Hat nichts gebracht! Deswegen, ich traue diesen Eiern nicht. Oh, einer vor. Zwei Fläche. Ich hoffe, der nächste Kontroll bekommt jetzt. Da ist einer! Äh, ich... Ich hatte gerade deinen Schritt gesehen. Das ist, äh... Vorhin. Aber da habe ich... Ich habe auch so viel Geld drauf. Der Head Scrap auf den drauf sah. Ja, das ist schön, dass du mir nicht helfen tust dabei. Und lieber abfahren ist, bis ich da krepiere. Muss, weil du eine Nahaufnahme da vorne hast. Das finde ich echt toll. Arsch, arsch, arsch. Ach... Nein, 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 nein. Ah... Ja, ich hab den Nahaufnahmen drauf. Und ich hab genau gesehen... Er wollte mit dir ein Rendezvous. Ja. Aber so langsam müsstest du noch schon... Beim zweiten oder dritten Date angekommen sein, ne? Eigentlich, ja. Ja, dann... Ist Hunger eigentlich schon erlaubt. Zeh, ne, da wäscht man glaube ich die Deku. Oh... Welchen Waschpult wird man benutzt? Ja. Äh... Mann, hier. Geil. Heilung? Ich hoffe, dass du noch einen Jackpoint-Rechts-ID erreichst. Joa... Ah, die kann aus dem Waffen kommen. Ja, hoffentlich kriege ich die auch noch. Joa... Ja, äh... Ich weiß ja nicht, wo das für mich... Wird das mit eigentlich angezählt? Wenn man tot ist und du sie einsammelst? Oder umgekehrt? Entweder das oder wir müssen hier zurücklaufen. Ach, das ist so. Das sind hier nur Hundemarke. Hat da was gezählt bei dir? Mh... Warte mal. Eins von drei. Ist klar. So. Äh... Hundemarke? Ja? Erkennungsmarke? Nein. Null von drei. Guck, schüt. Also, wirst bei der Waffe genauso sein. Mh... Deswegen müssen wir richtig nicht guterwissen. Alter. 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 Alter, das sind mir mal viele. Aaaaaaaaah... Aaaaahhhh... Scheisse, nein! Das kann ich nicht wahrmachen. Och, ey! Ohh, jetzt hast du noch normale Schocks. Aber du konntest so schnell nicht wechseln zwischen deiner Radar und Waffen, ne? Ja. Ja, das ist manchmal dein Fehler. 6'5' 10'0' 10'0', 10'0' 10'0' 10'0' 10'0', 10'0' 10'0' 10'0' 10'0' 10'. Ja, deswegen... Mayday, Mayday! Die Flugabwehr setzt uns ganz schön zu! Kommen nicht an die Königin ran! Wiederhole, kommen nicht an die Königin ran! Entschaltet diese Kanonen aus! Wir brauchen Bodenunterstützung! Jetzt! Ja, dann gehen wir mal wieder vor. Wir kommen so schnell es geht! Winter over! Äh, Lampe an. Genau. Ja, schon wieder. Warte mal. Ja! Äh, ich trau dich mal, hättest du dich! Ich trau hier auch nix! Der ist der Flamme! Alter! Diese miese kleine Schlumpe! Aber voll! Ich hab' keinen Kettbewerb! Hahaha! Jetzt ein Gummelt, oder man? Ja! Ich hab' dich aber vorgereiht! Ich hab' den Kopf! So! Alter! Das Ei ging auf! Hast du das gesehen? Nicht! Ja, du stehst ja auch hinter mir! Ja! Ja, klar! Weißt du? So ist die Deckung, weißt du? Ich deck euch den Rücken! Ja, ja! Schon klar! Wenn die weglaufen bin ich der Erste! Ja! Da ist einer auf der Kanone! Weg weg, sagt der Käpt'n! Weg weg! Weiß nicht! Alter! Da hängt doch ein drauf! Geil! Puh! So! Jetzt müssen wir hier links hoch, wa? Ja! Ja! Ich mag nicht! Ich mag sie mehr, wa? Aber wir haben's aber nicht geschafft! Hä? Voll! Achso! Du hast die Waffe eingesammelt? Ja! Achso! Du kriegst das ja auch mit, ne? Mhm! Ja, ja! Jetzt müssen wir aber jetzt genau aufhören, ob die Waffe mag! Klatsch! Gute Sachen! Die wartet jetzt nicht irgendwo! An der Kiste auf! Nein! Head to rap! Head to rap! Head to rap! Da war er in der Ecke! Der ist tot! Nee, er lebt noch! Nee, jetzt ist er tot! Er hat gezittert! Ha! Blöde Sau! Deswegen bin ich zur Mitte leicht hinten! Alles um ober! Scheiße! 2, ne? Äh... Wo ist die Marke? Genau! Hier war die, hier auf dem, äh, auf dem war die Hunde-Marke drauf! Geht aber aus dem Weg! Oh ja! Ha! Ha! Hättet ihr! Ah! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Und das runterpackiert! Das war gar nicht gut! Nee! Yeah! Weil diesmal ich nicht der... Leidige war! Ha! Ha! Die Eier sind weg! Cool! Die Eier müssen weg! So, ich glaube jetzt kommen wir auf die Waffe drauf zu! Oder? Keine Ahnung! Ich hoffe, dass wir den nächsten Kontrollpunkt hier mal erreichen! Was denn? Was denn? Oh! Was denn, was denn? Auu! Oh! Da! Oh! Wo war das Rüstung? Aber jetzt? Noch einer! Wo war der Rüstung? Hier vorne, hier vorne! Hier! Hier mal da! Das habe ich schon eingesammelt! Ach so, gut! Ah, schalte! Da habe ich nicht gefunden! Hähähäh Ja, aber haben wir uns nicht für dich angezähmt? Doch, aber ich glaube, dass wir dadurch, dass ich angegriffen worden bin, ist die Rüstung wieder bei mir verschwunden. Also quasi. Aufgebraucht. Hatsgrab? Ja, ich glaube. Oder? Ist das einer? Ne. Oh, cool. Das Waffen-Munition. Wieso sporten die auf einmal? Na, wir kommen auf irgendwas Großes jetzt zu, denke ich mir mal. Ich will gar nicht. Ey, ich bin mir nachher noch gegen diese Kackkönigin. Waffe? Und die Waffe? Was sagt die Waffe? Was sagt die Waffe? Was sagt die Waffe? Äh, wir haben doch nichts gefunden. Ooooooh, nice! Ich hab' gleich weiter. Ich bin der Luke der Kick. Ja, bloß du scheinst es nicht zu merken. Ah, kein Vollpunkt, dass es für uns doppelt angezählt wird. Also hast du von deinen Luchten auch nichts. Mein Windschiff zackert. Ich glaub, der ist noch gar nicht. Äh, scheiße. Hier ist Radar 6-8. Das hintere Triebdeck. Ey, wie kennen wir doch das Tutorial, ne? Jaaa. Luis, kann er halten. Dann föhren sich noch mal für eine von drei. Verstand das Schreis. Ich glaube, wir können eine Weile weiterkämpfen. Wir müssen nicht langsam hier ausschalten, sonst werden wir drauf. Weile weiterkämpfen. Oh, hier ist ein Schreis. Oh, hier hat er Bock. Geil. Oh, da kommt noch mehr. Ich glaube, jetzt brauche ich meine Karte. Ich werde jetzt mal bleiben. Ja, die Karte. Alter. Die sind da vorne. Ich habe sie alle weggesprengt jetzt. Der Weg ist frei. Sicher? Ja, ich habe sie mit den Granaten weggeballert. Sag niemals sicher, wenn... Ach so. Was ich gerade, wir müssen diese scheiß Luftabwehr, die er von hat verstört. Ja, ich glaube. Cool. Mit dem Raketen, ja? Was? Ist da eine? Warte mal. Ich glaube, hier ist die... Ach so. Geil. Alter, wie krass ist denn das? Ich habe eine Raketenwerte drauf. Huah! Scheiße. Idiot. Oh, ey, so eine Kacke. Alter, ich auch. Scheiße. Alter. Ich habe keine Habe mehr. Ich sehe auch selbst in die Luftgeheer, was? Ja, ich... Ich... Ich hätte nicht da vorstehen müssen. Na ja. Bei mir war es ein Alien. Nein. Ich war das Ganze... Ich war wenigstens so kolank und habe mich selbst in die Luft gesprengt, als befeucht vom Alien getroffen werde. Aber ich kann mich in der Luft halten. Luis, keine Hände taten. Sie waren getroffen. Verstanden, 6-5. Ich glaube, wir können noch eine Weile weiterkämpfen. Wir müssen die Flugabwehr ausschalten, sonst sind wir alle drauf. Action. Wir sehen die Könige. Wir kümmern uns um die Kanone. Los! Ich würde mich auch um die Kanone. Ja. Ich würde mich auch um die Kanone zu machen. Der Luftraum über uns ist frei. Die Kanone ist deaktiviert. Verstanden, Winter. Gute Arbeit. Sind auf dem Weg zur Königin. Zwei Kanonen machen unsere Schwierigkeiten. Cool bleiben. Verstanden, 6-5. Ah! Oh! Da war ja auch noch ein Gebissen. Da war ja O'Neal. Zerstören Sie zwei von drei. O'Neal. Wo ist er? Wo ist er? Ah! What the fuck? Was ist denn so? Nein! Ich kotze, jetzt bin ich ganz schön stark. Boah, scheiße. Heint ausgeschaltet. Holst du die Granatenwaffe? Ja, habe ich. Gut. Und mit dem, wie kann ich dich gucken, ob wo holst du mit der Waffe ist. Ich bin hier beim Aufzug. Okay. Komm, dann mach mich hin. Dann hol ich mich schnell aber auch noch mal die Waffe. Die war hier beim Panzer hier oben, ne? Ja. Da oben noch was. Genau hier war sie. Schnell mitnehmen. Hier oben sind noch zwei, wo die Kurzsäcke, drei, vier. Ah, ich bin glaube ich voll. Ja, ich bin auch voll. Hast du doch um vielleicht die goldene Waffe drinne, ne? Guck gerade, aber jetzt zu sehen ist nix. Ah, nichts verschlossen. Scheiße. Halt mich hier doch. So, wie? Kette. Also, zu sehen ist hier nix mit der Waffe. Na gut, dann kommst du im Aufzug. Ich hab scheiße nicht abgesetzt. Ich hoffe mal, da ist doch so ein Teil. Irgendwie in der See. Oh Gott, ich bin hier beim Aufzug. Ist drin? Ja, ich bin drin. Boah, ich drücke Knöpfchen. Da oben. Ja, irgendwie. Ich hab Angst. Da rein. Ist da ein Mopke? Was ist denn das? Müssen wir es abknallen? Okay. Okay. Ich bin hier auf. Wow. Ich bin hier auf. Äh, da kommt Aliens. Ah. Blas. Wo ist das Teil? Kommt, dann geht's hier. So, ja, ich hab mir noch die andere Granate ausgerüstet. Weiß gar nicht, kann man wechseln? Nö, ne? Ja, wechseln schon, aber der ist weiter nach. Okay. Okay. Ich hab mir noch mal bei der nächsten Beschiff, aber bei der nächsten Beschiff, aber bei der nächsten Beschiff machen es nicht so, äh, ist auch gut. Ja, ich hab mir auch mal. Oder ich behalte mal jetzt mal in der Hand. Solange wie es geht. Aber ich geh mal davon aus, dass da wir weg sind. Ah, genau. Ich hab mir gedacht, ich hab mir gedacht, scheiß klar. Schmeiß sie weg, kauf dir eine neue. Alter, was da alles an Alien drumher riebelt. Von dem her. Ich geh jetzt weg. Da kam einer von rechts, eben gerade. Echt? Ja, ja. Oh! Aliens von rechts. Hast du ein Schwein, dass ich... Hast du ein Schwein, dass ich einen Rundumblick hab? Immer auf mich, ey. Immer auf mich, die Scheiße hier. Ja, die mögen dich halt. Aber ich bin doch gar nicht so voll, ey. Aber hier muss doch wohl nichts. Wir nähern uns der zweiten Kanone. Wir nähern uns der zweiten Kanone. Ach, das sind unsere.